Umsatztechnisch lagen wir so am Ende bei 22 bis 23 annualisierten Jahresumsatz und von dem haben wir auch 22 Millionen Euro eingesammelt. Also es sah am Anfang alles danach aus, dass wow, we are genius. So there are no problems on the road, nothing that can stop us. Nichts kann uns aufhalten. Kam aber dann schnell zu dem Moment, wo das dann nicht mehr der Fall war, dass wir so gedacht haben. Wir haben immer geguckt, was ist eigentlich unsere dreimonatliche oder average three month burn und da lagen wir dann halt so in der Peak-Zeit bei einer Million pro Monat. In jeder Veranstaltung habe ich gesprochen auf der Bühne und habe gezeigt, wie geil mein Business ist und wie C's wollten investieren. Wir hatten Termsheets, wir hatten kompetitive Situationen. Das Problem war nur, dass dann auf einmal der Markt halt sich gedreht hat, bis wir dann im Oktober 2023 gemerkt haben, okay, es wird keine Series B geben. Ich habe an einem Tag 23 Leute gekündigt. Aber wenn das dann vorbei ist, dann gehst du nur noch nach Hause, legst dich in dein Bett und das war der Moment auch, wo ich geweint habe. Liefergrün hat zu Peak-Zeiten zehntausende Pakete täglich für Firmen wie Zara, H&M, HelloFresh und andere ausgeliefert und hat sich um diese letzte Meile gekümmert. Anualisiert hat die Firma zwischenzeitlich um die 20 Millionen Euro Umsatz gemacht, hat mehr als 22 Millionen an Markenskapital bekommen, gestartet Anfang 2020 und dann kam die Insolvenz Anfang 2024. Und wir gucken uns heute in dieser Episode gemeinsam mit Niklas Tauch, mit Gründer und CEO die gesamte Geschichte einmal an. Mit welchen Hypothesen ist Liefergrün gestartet, was hat gut funktioniert, was hat vielleicht auch dazu geführt, dass die Firma irgendwann ins Walden geriet und warum ist hier am Ende gescheitert? Und was bedeutet es eigentlich, eine solche Insolvenz abzuwickeln? Welche Optionen hast du? Worauf musst du rechtlich achten? Es hat sich auch einiges wieder geändert. Es gab Corona-Regelungen, wo das Insolvenzrecht verändert wurde, die jetzt zurückgeändert wurden. Und dementsprechend ist diese Episode auf jeden Fall auf der einen Seite von A bis Z die Liefergrün-Story, wo hat es begonnen, wo hat es aufgehört, aber auch wahrscheinlich eine der edukativsten Storys rund ums Thema Insolvenzrecht und alles, was dabei zu beachten gilt aus Gründerperspektive. Natürlich, das ist keine Rechtsberatung, aber hier Niklas Tauch von Liefergrün. Ich bin dir super, super dankbar, dass er sich so viel Zeit genommen hat und so offen über alle Themen gesprochen hat. Ihr werdet es merken, Niklas hat wirklich alles, was er erzählen kann, erzählt. Und deswegen, ihr hört Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch. Viel Spaß mit der Liefergrün-Story. Niklas, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. So, ich glaube, wir müssen einmal ganz kurz aufräumen. Ich meine, wer es verfolgt hat, hat bestimmt auch von Liefergrün gehört, hat vielleicht auch die ein oder andere Bestellung ausgeliefert bekommen. Ich weiß, dass ich ein paar bekommen habe über die Zeit, gerade so 2021, 2022 noch, habe ich echt immer mal wieder Mails von Liefergrün bekommen. Wenn du zusammenfassen müsstest, so einmal ganz kurz, welche Eckdaten muss ich kennen, um zu verstehen, welche Dimensionen Liefergrün zwischenzeitlich angenommen hat und was ihr genau gemacht habt. Ja, also was wir gemacht haben, wir waren letztendlich ein Paketdienstleister, der das Ganze grün, also deutlich nachhaltiger und deutlich technologischer angestrichen hat und eben auch durch Technologie versucht hat, deutlich effizienter zu sein als die bestehenden traditionellen langweiligen Paketdienstleister. Und das haben wir gemacht für Großunternehmen, große E-Commerce-Brands wie H&M, Zara von der Initex-Gruppe, HelloFresh etc. Auch chinesische Seller waren dabei wie Shein. Und genau zwischenzeitlich hatte das eine Größe von 100 Mitarbeitenden auf unserer Payroll plus 300 Fahrerinnen und Fahrer täglich im Einsatz. Das heißt, wir haben letztendlich täglich 400 Personen einen Job gegeben. Umsatztechnisch lagen wir so am Ende bei 22 bis 23 annualisierten Jahresumsatz und Funding haben wir auch 22 Millionen Euro eingesammelt. Und ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, wo wir ansetzen können, aber die erste Frage, die ich stellen würde, was ist die Krux an dem ganzen Geschäftsmodell? Also was musst du hinkriegen, dass das eine geile Firma werden kann? Ja, also ich hoffe, aus Sicht der Mitarbeitenden war es zu jeder Zeit eine geile Firma und ich glaube, dass viele auch rausgehen und sagen, dass sie was gelernt haben, trotz des sehr traurigen Endes und abrupten Endes. Um letztendlich das zu schaffen, was du schaffen musst, um etabliertes Business aufzubauen, ist letztendlich Profitabilität. Und das gibt es bei diesem Geschäftsmodell nur mit Größe. Das heißt, du musst lokale Netzwerkeffekte ziehen. Das kannst du auch nicht irgendwie sagen, je mehr Städte, umso mehr Umsatz hast du, umso schneller bist du profitabel. Nein, du musst halt lokale Netzwerkeffekte ziehen und so viele Lieferungen wie möglich auf der gleichen Straße haben, um eben am Ende die stündlichen Kosten, die dir anfallen, ausgleichen zu können. Und das ist einfach ein langer Weg. Bist du da bist, dass man letztendlich auf der gesamten Company-Ebene oder Stadtebene, wo wir auch teilweise profitabel waren, aber auf der gesamten Company-Ebene letztendlich Cashflow-positiv bist. Und das hat uns am Ende auch das Genick gebrochen, dass wir einfach zu weit weg waren von dem Volumen, was notwendig gewesen wäre, um letztendlich Cashflow-profitabel oder positiv auf Company-Level zu sein. Da kommen wir gleich drauf zurück. Ich meine, manches davon, du wirst ja nicht alles vorab gewusst haben, sonst, wie es ja immer so ist. Aber was war die Überzeugung, die du und ihr als Gründerteam hattet, zu sagen, das ist das Modell, was wir verfolgen wollen. Das sind die Kernhypothesen, auf denen wir das aufbauen wollen. Warum war zu dem Zeitpunkt, als ihr losgelaufen habt, das für euch die richtige Idee? Ja, also die zwei Jungs, mit denen ich zusammen gegründet habe, das war einmal Robin und einmal Max. Wir zu dritt haben letztendlich vorher, bevor wir Liefergrün gemacht haben, einen Online-Shop gemacht für Bio-Lebensmittel und Naturkosmetik. Sehr lokal in Münster, angeschlossen mit einer lokalen Lieferflotte. Und das war eigentlich so das erste Thema, womit wir rausgegangen sind, wo wir relativ schnell gemerkt haben, okay, das ist ein süßes kleines Business, sage ich jetzt mal, was auch gut funktioniert hat. Wir hatten immer die gleichen Kundinnen und Kunden und wir haben das dann am Ende nach, ich glaube, fast sechs Monaten, die wir da reingearbeitet haben, eben an einen lokalen Supermarkt verkauft. Das war jetzt ein Mini-Exit, sage ich jetzt mal, nichts Interessantes, aber da war schon klar, okay, der Delivery-Hype ist am Kommen. Flaschenpost hatte die Zeit des Lebens, ist groß geworden, kurz vor Exit gewesen und alle wollten irgendwie in diese Delivery-Bubble investieren. Das war auch die Zeit, wo Gorillas entstanden ist. Dann anschließend wurde Flaschenpost an Dr. Oetker für eine Milliarde verkauft. Und für uns war es so, alles klar, Delivery is the next big thing, Tech-Delivery. Und wir wollten in diesen Bereich reingehen, aber in etwas, woran wir von Anfang an geglaubt haben, nämlich Brands, vor allem die großen Brands, haben keine Möglichkeit, ihre Delivery anzupassen, weil sie eben an DHL oder Hermes gebunden sind. Und da einen neuen Player aufzubauen, das erschien sinnig, vor allem, weil wir sehr guten Kontakt zu H&M und Apple hatten zu der Zeit, die über Zufälle wieder in das Netzwerk reingekommen sind und inbound reingefragt haben, hey, so wie ihr bei eurem vorherigen Business geliefert habt, so möchten wir eigentlich gerne auch unsere Pakete geliefert haben. Das heißt, es war dann irgendwie, wie sagt man, Schuppen von den Augen gefallen. Schuppen von den Augen gefallen, dass das letztendlich das nächste Big Thing ist, was wir bauen müssen. Aber ja, große Erfahrung, also ich habe zwar vorher bei der Firma Henkel irgendwie in der Supply Chain gearbeitet, aber da habe ich auch nicht gelernt, was es bedeutet, Paketlogistiker aufzubauen. Wenn du sagst, Apple, H&M waren so quasi inbound Leads in dem Moment, die mit euch gesprochen haben, ich wollte mich eigentlich fragen, okay, eigentlich habt ihr das typische Henne-Ei-Problem, wir müssen ja trotzdem erstmal rausfinden, wer möchte eigentlich als erstes mit uns loslegen. Und ich hätte jetzt gedacht, dass man da eher so die typische D2C-Brand vielleicht akquiriert und jetzt nicht irgendwie H&M. Also wo war der, seid ihr dann wirklich mit einer dieser beiden Brands, also H&M oder Apple gestartet oder musstet ihr erstmal einen Proof of Concept ablegen? Ja, also wir haben es tatsächlich damals als Proof of Concept gesehen, dass wir mit so lokalen Unternehmen, es war gerade Corona-Lockdown und wir haben so ein Netzwerk an lokalen Lieferflotten aufgebaut. Das war noch die Zeit, wo Cold-Calling, Massen-Cold-Calling letztendlich gelernt wurde, wo jeder in der Firma einschließlich Tech eigentlich gekullt hat. Aber zu Corona-Lockdown-Zeiten war das halt genial, weil die Leute halt dann plötzlich bestellt haben. Wir haben gesehen, okay, wir kommen auf gute Lieferungen, aber die Lieferanzahl war auch pro Tag, ich würde sagen, das Maximale, was wir hatten, war so 200 Lieferungen pro Tag deutschlandweit. Und das war so der erste Proof of Concept Delivery we needed. Dann war der Lockdown aber weg. Und ja, die Anzahl an Liefervolumina ist auch sehr abgespackt geworden auf einmal. Und dann war es wirklich einfach ein Zufall, dass wir in der einen Woche von Apple, European Headquarter in Cork Island, also Irland, ein Outreach bekommen haben. Hey, so wie ihr liefert, finden wir total cool, wollen wir uns mal austauschen. Und eine Woche später, und das ist no joke, so viel Glück muss man dann auch haben, es gehört auch viel Glück dazu, hatten wir auf einmal H&M, die inbound reingekommen sind, über unsere Webseiten gesagt haben, ey, genauso wie ihr liefert, das wollen wir machen. Und wir haben dann gesagt, einen dieser Deals wollen wir closen. Und beide Deals wären perspektivisch eine Million Jahresumsatz gewesen, Initial Ticket Size sozusagen. Und hätten beide gewonnen am Ende, haben aber Apple abgesagt, weil es zu komplex war. Und hatten dann diesen unterschriebenen H&M-Vertrag. Aber du kannst dir vorstellen, wenn wir pro Tag 200 Lieferungen gemacht haben, wir reden da plötzlich über tausende Lieferungen pro Tag in nur einer Stadt. Das war nicht vergleichbar. Und nichts zu machen mit den lokalen Lieferfloren. Wir hatten gar nichts. Also wir hatten keine Tech und wir hatten keine Ops aufgebaut, die das, was wir dort hatten und geclosed haben, irgendwie abbilden konnte. Und dann? Das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir brauchen Wagniskapital. Weil wir brauchen auf einmal unglaublich schnelle Tech-Ressourcen. Wir brauchen unglaublich schnelle und kluge Operations-Ressourcen, die verstehen, was es bedeutet, ein Paket Logistiker aufzubauen. Und sind dann halt als First-Time-Founder sozusagen, weil das davor hat nicht so wirklich gezählt, als First-Time-Founders rausgegangen und haben bei ganz vielen, wie es hieß, klinken geputzt, ohne Netzwerk. Wir haben zum Glück unsere tollen Angels, die schon an diese lokale Netzwerk-Lieferflotte, Flotten-Idee geglaubt haben. Unter anderem mit Julius Göllner, mit Better Ventures, wirklich Leute, Markus Sudhoff, wo wir auch im Accelerator waren. Also Leute, die von Anfang an an uns geglaubt haben, als Team, dass wir irgendwie was schaffen. Und die haben uns dann versucht, da Türen zu öffnen bei VCs und haben dann nach und nach einen VC nach dem anderen abgeklappert und gesagt, wir haben hier einen Vertrag, einen Millionen-Jahres-Umsatz, aber wir brauchen irgendwie Kohle, um das realisieren zu können. Ansonsten Game over. Wie lange war zwischen, wir haben den unterschriebenen Vertrag bis hin zu, wir haben auch ein unterschriebenes Termsheet? Knapp drei Monate, ein bisschen kürzer. Wie habt ihr das mit H&M in dem Moment kommuniziert? Offen, transparent, aber schon, wir haben gesagt, wir sind gerade dabei, die Ressourcen aufzubauen, wir müssen erst mal aufstacken. Ohne dieses Aufstacken können wir eure Pakete nicht liefern. Und wir haben jetzt aber nicht gesagt, okay, wie viel Prozent davon wir schon hatten. Wir haben das eher so am Ende dargestellt, ja, es fehlen noch die 20 Prozent, aber das dauert halt lange. Aber ja, wir brauchten 90, 95. Das heißt, ihr habt quasi gesagt, hey, wir fangen erst an, wenn wir die Ressourcen haben. Oder habt ihr vorher schon auch Teile der ... Nein, also letztendlich ein ganz großer Teil davon lag ja auch mit einer sehr performanten API-Schnittstelle. Du kannst dir vorstellen, dass da halt im teilweise Millisekundentakt Lieferungen in das System geschossen werden müssen, die alle geokodiert werden müssen und dann als Antwort in Millisekunden ein Label zurückschießen müssen. Ansonsten steht da jemand im Warenlager und sagt so, ich habe jetzt hier bei Liefergrü eine Bestellung rübergeschossen, aber ich muss jetzt hier warten auf das Label. Damit würden wir auch deren Prozesse gefährden. Deswegen, das war schon so, dass man auf der Tech-Seite vor allem und dann auf der operativen Seite arbeiten musste. Und wir hatten ja einen Ramp-Up. Das heißt, wir haben einen Ramp-Up kommuniziert, mit dem wir uns zufrieden fühlen und wohlfühlen. Und ja, im ersten Schritt, also man muss sagen, im ersten Ramp-Up lief alles wie im Schnürchen. Also wir haben eine sehr schnelle Zeit, nach sehr kurzer Zeit und sehr schnell einen Termsheet bekommen. Wir haben sehr schnell eine Runde geclosed, damals mit Speed Invest und mit Norsken VC. Wir haben unglaublich schnell Tech-Ressourcen bekommen, um die Tech aufzubauen. Wir haben unglaublich schnell eine Lagerhalle bekommen. Partner für die Lieferung für den ersten Ramp-Up. Also es sah am Anfang alles danach aus, dass, wow, we are genius. So, there are no problems on the road. Nothing that can stop us. So, nichts kann uns aufhalten. Kam aber dann schnell zu dem Moment, wo das dann nicht mehr der Fall war, dass wir so gedacht haben. Du meinst, als ihr dann angefangen habt, für H&M auszuliefern, oder? Ja, der erste Ramp-Up war komplett problemfrei. Also da war wirklich so, okay, uns kann nichts aufhalten. Und wie viel also Bestellungen am Tag reden wir da, die ihr verschickt habt? Also wir haben im ersten Ramp-Up so knapp 500 pro Tag gemacht. In einer einzigen Stadt, in Berlin. Und sind dann, ja, also nach Ramp-Up-Plan hätten wir verdoppelt. Aber da wir da in dem Moment gesagt haben, okay, und das war halt auch die Strategie, ja. Das war die Strategie von unseren Investoren. Das war die Strategie von uns als Gründer, da so schnell wie möglich etwas hinzubauen. Cash war super preiswert im Kapitalmarkt. Da etwas hinzubauen, was halt super schnell auf der Topline skaliert. So ein bisschen ähnlich, so ein Gorillas-Effekt nur halt im Cap, also im Kurier, Express und Paketmarkt hinzulegen. Und ja, Kosten letztendlich egal zu betrachten und einfach nur auf das Ziel, möglichst viel Marktanteil von den Großen wegnehmen, damit es so lange wehtut, bis uns dann entweder ein neuer Player, der in den Markt reinkommen will. Und da gibt es sehr viele Player, die damals und auch immer noch heute irgendwie in den deutschen Paketmarkt rein wollen. Oder aber einen der großen deutschen Paket-Dienstleister eben zu nerven und zu ärgern, bis da ein Exit-Angebot auf dem Tisch ist. Und was waren dann die Sachen, warum es nicht so einfach war, irgendwie 1000 Pakete am Tag zu machen, aber 500 waren kein Problem? Also was ist da die Krux geworden? Also ich würde sagen, hätten wir an dem Zeitpunkt, wo wir diesen ersten Ramp-Up hatten mit 500, wären wir da so vorgegangen, wie wir geplant haben mit, okay, lass uns als nächstes 1000 machen, dann wäre wahrscheinlich nicht so viel Problem gewesen. Nur wir haben dann gesagt, ach komm, lass uns einfach Ramp-Up 2 und 3 überspringen. Wir können ja sowieso hier alles gerade. Lass uns direkt auf die 2000, 2500 Pakete pro Tag gehen. Und wir hatten so eine Lagerhalle. Du kannst dir vorstellen, es war ein Eingang, dann war links FedEx, auch ein Express am US-amerikanischer Paketdienstleister. Und hinter FedEx hatten wir eine Halle auf dem FedEx-Gelände, wo wir letztendlich in Kleinen das gemacht haben, was FedEx da gemacht hat. Und wir haben dann die Kapazitäten aufgerammt von der letzten Meile, also genug Fahrer, genug Fahrzeuge bereitgestellt. Haben auch geschaut, dass wir genug Fläche haben, um zu sortieren, weil wir müssen ja auf die Pakete kommen unsortiert an. Wir müssen auf die Touren sortieren, die unsere Technologie ausgerechnet hat, was die Großen übrigens nicht machen. Und dann eben die Touren zu übergeben. Aber so einfache Sachen, so Wellenplanung, also dass nicht alle Fahrer direkt gleichzeitig ankommen. Das war dann am ersten Tag so ein Problem und das ging so drei Tage lang. Welcher Fahrer kommt jetzt als erstes? In welchen Batches musst du die abformen? Und dann war halt einfach am ersten Tag haben wir komplett FedEx-Berlin lahmgelegt, weil kamen alle gleichzeitig. Und du kannst dir vorstellen, wenn dann 40 Fahrer gleichzeitig ankommen mit allen Fahrzeugen. Und die standen halt bis zur Autobahn. So und wir haben auf der Autobahn für Stau gesorgt. Wir haben FedEx für den Tag lahmgelegt und dann hatte ich irgendwann dann den Standortleiter FedEx am Telefon mit der Drohung ja hier Schadensersatz und die Polizei war auch da und die Polizei hat auch gesagt, ja, wir legen den kompletten Betrieb lahm. Also es war tatsächlich dann eine unangenehme Perspektive und ein unangenehmer Moment. Aber irgendwie auch cool. Keine Ahnung, weißt du, du explodierst vor Lieferungen. Wir haben die 100 kurz für Stau gesorgt. Das ist eigentlich ganz cool. Wir haben daraus gelernt und wussten, okay, wir brauchen Experten, Experten, die Paketlogistik können und verstanden haben und haben dann unsere Hiring-Strategie angepasst, da wirklich die Besten der Besten dazu zu holen, damit wir weiter wachsen können. Weil das war klare Vorgabe. Topline, Topline, Topline. Jetzt hast du natürlich irgendwie Tag 1 und du legst irgendwie die A100 lahm und irgendwie FedEx lahm. Jetzt weißt du aber auch, Hiring-Strategie angepasst, das wird ja nicht innerhalb von zwei Tagen sich verändern. Dementsprechend ist die Frage, wie habt ihr dann kurzfristig dafür gesorgt, dass ihr trotz vielleicht nicht komplett ausreichender Expertise für all das, was da passieren soll, nicht das Chaos für Wochen habt? Ja, wir waren ja sehr eng mit der Universität Münster. Wir kamen ja ursprünglich aus der Universität Münster, haben in Münster gegründet, noch den Online-Shop vom Anfang an und sind dann nach Berlin gezogen. Aber wir hatten natürlich noch sehr viele Leute, die ja irgendwie mit Münster verbandelt waren. Und dann hieß es halt, Leute, ruft alle an, die ihr kennt, Werkstudenten, wir bezahlen ja mehr pro Stunde. Wir hatten dann zu der Hochzeit, hatten wir dann irgendwie, also in der Operativen haben wir natürlich durchgeackert von morgens bis abends mit alle Mann und mit Zeitarbeitfirmen, mit Partnerunternehmen, die alle wollten, dass es funktioniert, weil ja auch natürlich die Fahrer oder die Unternehmen, die für uns gefahren sind, natürlich auch mehr Umsatz durch uns bekommen haben. Das ist operativ, haben alle einfach nur mehr gearbeitet. Wir haben nicht auf die Kosten geschaut, sondern wir mussten es einfach hinkriegen. Und intern ist es natürlich auch so, dass du nicht alle Automatismen hast. Das heißt, du hast irgendwie deine Lieferungen, die nicht zugestellt wurden und dann musst du halt gucken, okay, was war eigentlich der Grund, warum die Lieferung nicht zugestellt war. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht unsere eigene Fahrer-App draußen. Das heißt, wenn da zum Beispiel das Name nicht am Klingelschild, dann lohnt sich natürlich nicht noch eine erneute Zustellung, weil der Name, der taucht nicht plötzlich auf. So, und das heißt, wir hatten dann irgendwie 20 Werkstudenten täglich da sitzen, die in jede Lieferung, die nicht zugestellt wurde, reingegangen ist und manuell bearbeitet hat, zu sagen, die geht wieder zurück, die geht in einen erneuten Zustellversuch, hier kontaktieren wir den Kunden, die Kundin. Und wir haben es einfach durch Man- und Woman-Power haben wir das einfach gelöst, bis dann die Experten an Bord waren und dann, ich bin sehr froh, wir haben dann einen Late-Co-Founder dazu geholt, den Nils, mit dem ich heute noch sehr, sehr gut befreundet bin, der vorher Leifery gegründet hat, Leifery an Hermes geexited hat und ohne ihn, glaube ich, hätten wir damals einen Kollaps gehabt, einfach weil zu viel Auftrag. Wie inzentiviert man jemanden, den man in der Situation mit reinnimmt? Er war von Anfang an irgendwie als Berater dabei, dann war er als Board-Member dabei. Weil wir haben uns super gut verstanden, einfach persönlich. Wir sind oft irgendwie mal essen gegangen oder haben irgendwie ein Bierchen getrunken zusammen, vielleicht auch mehr und haben uns kennengelernt und wir mochten uns einfach. Wir mochten uns einfach extrem dolle, wie Freunde halt. Und als ich dann gesagt habe, du, mir jetzt, uns geht hier wirklich der Arsch auf Grund, Dyson, wir brauchen dich, ich brauche dich. Plus dann auch noch ein gutes Incentive-Package mit dem Sinne von, also es war, das war halt eine Beteiligung, die war nicht irgendwie, keine Ahnung, was kriegst du heute als V-Supp irgendwie unter 1% for sure, wenn du kurz vor Series A oder nach Series A, also es war schon gesichert, dass Funding dazukommst. Aber du kriegst nicht Double-Digit, glaube ich. Und ich habe Nils von Anfang an immer als jemanden auf Augenhöhe gesehen, von dem ich auch noch lernen kann. Managing Director, Co-CEO und letztendlich dann auch Late Co-Founder. Und er hat Liefergrün neu erfunden, weil hätte er das nicht geschafft oder hätten wir ihn nicht gehabt, dann wäre Liefergrün niemals so groß geworden, wie es dann am Ende war, sondern dann wäre es bei 1,5 Millionen annualisierten Jahresumsatz geblieben und gescheitert. Wann habt ihr für euch entschieden, okay, wir haben jetzt so langsam verstanden, wie wir den ersten Kunden und die ersten vielleicht auch mal 2000 Bestellungen an einem Tag rausbringen können in Berlin. Jetzt ist Zeit, entweder mehr Volumina in Berlin zu machen oder auch neue Städte und neue Kapazitäten aufzubauen. Und das ging letztendlich Hand in Hand mit dem Vertrieb. Also wir haben auf der einen Seite das Ziel Top-Line-Growth gehabt, das vor allem durch neue Kunden. Aber wir wussten ja auch, eine Stadt kriegst du nur profitabel, indem du viele Pakete darin hast. Das heißt, du brauchst deutlich mehr Kunden als ein oder zwei. Und Focus-Customers waren immer die Top 100 bis Top 500 im E-Commerce, erst mal die Top 100 und haben das dann halt aufgeteilt. Also wir hatten einen Senior-Come und einen, ja, nicht Junior-Come, aber einen Come und haben dann aufgeteilt, Platz 1 bis 100 Senior-Come, Platz 101 bis 500. Jetzt musst du mir ganz kurz mit Senior-Come auf die Sprünge helfen. Ja, Keycom-Manager, also Vertriebler, wirklich erfahrener Vertriebler von DPD. Genius, also wirklich genial. Steffen, wenn du es hörst, du bist genial. Ist jetzt auch wieder beim Logistiker. Glückwunsch an Fiegel. Und ja, also wirklich haben dann gesagt, okay, wir wissen, wer unsere Kunden sind und haben die bearbeitet. und wussten auch, dass China halt, die chinesischen E-Commerce-Unternehmen halt mega krass abgehen überall und haben das perspektivisch auch in Deutschland vorhersehen können und haben dann auch eine Kollegin dazu geholt, die halt aus China kommt, die in Deutschland ja letztendlich die letzten Jahre nichts anderes gemacht hat, als chinesische E-Commerce-Unternehmen an Bord zu bekommen im Vertrieb. Und dann hatten wir ein Dreier-Sales-Team und damit haben wir nach und nach Kunden geclosed. Aber das war einfach ein großer Bottleneck, den wir unterschätzt haben von Anfang an. Du brauchst, um Kunden zu closen, halt irgendwie Coverage. Was bedeutet das? Die Frage Nummer eins von einem E-Commerceler ist, wie viel Prozent deckst du denn in Deutschland ab, wenn ich mit dir liefere? Wenn du in Berlin bist, deckst du so circa 50 Prozent des E-Commerce ab und da musst du halt plötzlich auf einmal in andere Städte reingehen. Das war nicht mehr irgendwie nice to have, sondern das war halt Grundvoraussetzung, damit du diesen Deal gewinnst. Das heißt, du hast nicht nur eine ineffiziente Stadt aufgemacht, sondern du hast mehrere ineffiziente Städte nebeneinander laufen lassen, einfach nur, um den Kunden zu gewinnen, um perspektivisch halt deutlich effizienter zu laufen und profitabel zu werden. Das heißt, du bist der Profitabilität immer hinterhergelaufen, weil du dann irgendwie die Stadt effizienter gemacht hast, aber irgendwie eine kleinere Stadt öffnen musstest, wo du weniger Pakete hast, die aber genauso groß ist. Keine Ahnung, Hamburg, getrennt noch von der Elbe und dann auch noch irgendwie jeder verdient irgendwie 20 Prozent mehr, auch quasi Mindestlohn zieht da nicht. Da brauchst du halt noch mehr Pakete. Und das ist dann so ein Teufelskreis gewesen, den wir am Anfang unterschätzt haben. Was war die erste profitable Stadt? Das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet, weil es einfach, also von dem Westen Krefeld, Düsseldorf, bis hin in den Osten, Werne, Dortmund, einfach am meisten Lieferungen hatte. Und obwohl es so groß war, flächenmäßig, waren in der Mitte immer zwei Autobahnen, ich glaube die A40 und die whatsoever, A43. Und dadurch konntest du halt super schnell von links nach rechts gehen. Und wir hatten dann genau in Essen unser Warenlager, das modernste, das größte, direkt neben, zwischen DHL und zwischen Amazon Logistics und DPD und GLS. Also es war the perfect spot to be. Und von da aus haben wir dann die Lieferungen gemacht, super effizient. Und das war die erste Stadt, die profitabel war. auch die einzige. Wie viele Lieferungen braucht man, um in so einer Stadt oder in so einem Gebiet profitabel zu werden? Wenn ich die Zahlen noch auswendig wüsste, aber ich glaube, wir sind im Ruhrgebiet so an die 15.000 pro Tag gekommen. Und mit den 15.000 waren wir profitabel. Hast du eine Hochrechnung im Kopf, wo Berlin dagegen steht? Also von einmal, wo ihr wart und wo ihr hättet hinkommen müssen, um das irgendwie hinkriegen zu können? Ja, wir hätten unser Volumen in allen Städten verdoppeln müssen. Also wir waren, und das war auch nicht so abwegig, das war auch nicht so weit down the road. Also wir hatten einen Sales Funnel, der hat das locker hergegeben. Ja, also wir hatten irgendwie in Berlin knapp 10.000, 11.000 pro Tag. Und ab 18.000, 19.000 haben wir gesehen, dass Tage mit 18.000, 19.000, wir hatten ja auch Tage damit, dass wir damit profitabel waren. Genauso wie Hamburg oder Wien. Aber es war einfach noch nicht da. Wir hätten, glaube ich, diesen ganzen Market Crash gut ein Jahr später vertragen können. Weil wir hätten nochmal eine Runde gebraucht, eine Series B, um das bestehende Städteportfolio, zumindest in Deutschland, profitabel zu gestalten. Mit der Pipeline, die dann gekommen wäre. Weil wir reden ja auch über Enterprises und Integrations. auch wenn man, ich würde sagen, so verglichen zu Enterprise Stars, waren unsere Sales-Vertriebszyklen sehr, sehr kurz. Also drei bis vier Monate im Schnitt von quasi Opportunitätskreierung bis erste Lieferung. Es war schon echt mega sportlich. Aber ja, am Ende hat es halt zeitlich nicht hingehauen. Wenn du dir den Durchschnitt oder auch vielleicht nur den einen Peak-Tag raussuchst, was war so das Maximalste, was ihr an Bestellungen an einem Tag über alle Standorte rausgepumpt habt? In der Größenordnung. Es geht jetzt nicht um die genaue Zahl. Ich glaube, knapp 40.000 Pakete, 50.000. Das heißt, 15.000 grob im Ruhrgebiet, dann irgendwie so 10.000. Ja, dann waren da so 20k. Ah, okay. Spannend. 2022. Und dann, wann war das erste Mal der Moment, wo es angefangen hat, sich zu drehen? Also ich meine, das Ende der Geschichte kennen wir ja quasi schon, zumindest aus dem Intro und aus dem Titel wahrscheinlich. Und du hast es kurz angerissen. Aber wann war das erste Mal der Moment, wo du das Gefühl hattest, oh shit, gerade dreht sich das Momentum, hier passiert was? Volumentechnisch und vertriebstechnisch null. Also es ist wirklich vertriebstechnisch und Volumen und das ist das Traurige. Wir sind einfach nach dem Plan weitergegangen und wir haben den Plan mehr als erfüllt. Also ich glaube, wenn du unsere VC-Investoren gerade auch von Anfang an fragst, so Speedinvest Norsken, das haben die auch nochmal danach bestätigt, wir haben mehr als, also wir haben constantly overdelivered. Das Problem war nur, dass dann auf einmal der Markt halt sich gedreht hat, was Cash-Price angeht. Also Kapital hatte plötzlich einen Preis. Business-Models, die irgendwie sehr viel Kapital benötigen und gleichzeitig aber auch selbst im großen Scale nur eine sehr niedrige Marge abwerfen, waren auf einmal gar keine VC-Cases mehr und wir waren wahrscheinlich auch nie ein VC-Case. Wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, wir haben die Sachen ein bisschen besser gemacht, aber für ein VC-Case musst du Sachen eigentlich zehnmal mindestens besser machen und wir hätten, glaube ich, ein paar Prozent in der Marge gewonnen durch Technologie und in der Kundenzufriedenheit, aber wir waren eigentlich von Anfang an nicht, keine Ahnung, so ein krasser VC-Case. Es war einfach nur super viel Geld da und Delivery-Hype und alle wollten auf einmal ihr Geld auf Delivery boomen, weil man wusste, hey, da gibt es krasse Exits, Flaschenpost hat es vorgemacht, dann gab es irgendwie Deliverer, die für drei Milliarden an Shopify verkauft haben, dann gab es irgendwie Flexport, die irgendwie übernommen haben, Chinesen drangen plötzlich auf den Markt, also es war irgendwie full of Exits, full of M&A-Transactions und das war von einem Tag auf den nächsten plötzlich platt und genau in diesem Moment musste ich raisen und zwar für eine Series B mit der Story, guck mal, wir haben hier eine Stadt profitabel, wenn wir profitabel sind, machen wir drei Prozent Marge, so, das ist übrigens nix, auch nur in der Stadt, wir haben noch einen riesen Overhead, einen Headquarter und jede andere Stadt, die macht miese, da musst du quasi für jede Lieferung draufzahlen, wir haben zwar eine Pipeline, die das profitabel macht, aber wir brauchen jetzt nochmal 20 Millionen, um irgendwie da hinzukommen, dass das existierende Portfolio profitabel ist und dann bei der Frage, ja, wie viel Cash brauchst du eigentlich, bis so eine Stadt profitabel ist, also perspektivisch dann, und du dann antwortest, ja, also drei Millionen brauchst du halt mindestens für eine Stadt und wir lagen eher bei fünf, so, dann kannst du dir ausrechnen, dass in dem Markt halt irgendwie, dass der Appetit halt sehr niedrig war. Und da war für uns, Nils übrigens schneller als mir, klar, wir müssen unsere Strategie ändern. Und zwar, wir müssen damit rechnen, dass die nächste Finanzierungsrunde nicht klappt, wir waren zu dem Zeitpunkt ja, well bis medium well fundet, aber es war klar, wir brauchen einen Strategiewechsel. Und Nils hat damals noch zu mir gesagt, du wirst dich an meine Worte erinnern, wir müssen verkaufen. Und ich wollte das natürlich als Gründer erstmal nicht wahrhaben, so, weil du wächst und wächst und glaubst, du bist irgendwie the hero und dann auf einmal sagte jemand ganz nüchtern, war ich, ich war glaube ich im ersten Moment, war ich so ein bisschen sauer. Wir müssen verkaufen, weil ich wusste insgeheim, das ist der Weg, wie wir die Mitarbeitenden halt retten auch. Weil profitabel wäre nicht möglich gewesen. Das heißt, entweder du kriegst eine Finanzierungsrunde, sehr niedrige Wahrscheinlichkeit, oder du kriegst es verkauft. Und deswegen war da im Moment gekommen, dass wir unserem Board vorgestellt haben, dass wir weitere 10 Millionen brauchen und dass wir auf Exit gehen. Und das war im Februar 2023, dass wir ein Board Meeting hatten, Januar sogar, ein Board Meeting haben, wo wir gesagt haben, ich glaube, wir müssen verkaufen und wir brauchen auch nochmal 10 Millionen Euro, damit wir hier ein vernünftiges Ergebnis für euch und für uns und für die Mitarbeitenden rausholen. Kurze Frage, bevor wir da weiter reingehen, wie viel habt ihr zu Peak-Zeiten verbrannt, nur dass man das mal einschätzen kann? Knapp eine Million pro Monat. Ich glaube, du kannst es nicht ganz so vergleichen, wie viel wurde wirklich verbrannt, weil wir hatten auch Working Capital Issue. Das heißt, wir wurden 60 Tage bezahlt, nachdem wir die Leistung erbracht haben, haben aber unsere Rechnungen quasi same oder next month bezahlt, 30 Tage, 14 oder 30 Tage. Und dadurch hattest du halt immer auch eine Gap. Das heißt, in einem Monat wie Dezember, wo wir natürlich sau viel Umsatz haben, weil wir plötzlich diesen ganzen Weihnachts-Peak haben und den Black-Friday-Peak, der ist zwar im November, aber der kommt ja letztendlich auch trotzdem in der Lieferungsauswirkung, beim Lieferanten kommt es ein bisschen später an, in den Dezember rein. Heißt, du bist dann plötzlich in deinen Peak-Monaten November und Dezember und finanzierst schön alles vor, wirst aber erst in zwei Monaten bezahlt. Das heißt, so ein Januar, der hatte auch schon mal 1,4 bis 1,7 Millionen Euro Burn. Dann war der Februar aber dafür bei 300. Das heißt, wir haben immer geguckt, was ist eigentlich unsere dreimonatliche oder Average-Three-Month-Burn und da lagen wir dann halt so in der Peak-Side bei einer Million pro Monat. Das heißt, ihr hattet das Gefühl, ihr braucht noch mal zwischen, sagen wir, acht und zwölf Monaten Runway durch die 10-Millionen-Runde und wollt in der Zeit verkaufen. Wie hat das Board reagiert? Genau, also der Plan war, wir müssen massiv Kosten reduzieren und und wir brauchen die 10 Millionen, damit wir noch eine weitere Stadt aufmachen können, um alle Kunden, die quasi diese weitere Stadt noch brauchten, zu signen, zu onboarden und quasi halbwegs in die Richtung profitabel signen zu gehen, um dann noch mal eine Chance zu haben, dass uns wirklich jemand für attraktiv, richtig attraktiv hält. Ja, weil Logistik ist Infrastruktur, das heißt, wenn du drei Standorte in Deutschland hast, dann bist du nicht so attraktiv, als wenn du vier hast, weil Deutschland hat vier, fünf große Metropolregionen, die so wirklich groß sind. Wenn du dann überall dein Fleckchen drin hast, dann ist es super. Also Berlin, Hamburg, Ruhrgebiet und München? München und ja, Stuttgart, Frankfurt, Rhein-Main, Frankfurt vor allem, Stuttgart ist so ein bisschen kleiner, aber Rhein-Main wäre noch auf uns, also wir wollten Rhein-Main noch eröffnen und München auch. Das war so die Strategie für Deutschland. Österreich haben wir in Frage gestellt, weil es dann einfach Defokus war und ja, das Board, wie hat es reagiert? Investoren von Anfang an haben einen Daumen hochgegeben, haben gesagt, genau das ist die richtige Strategie. Wir hatten dann aber ein sehr gespaltenes Board natürlich mit einem Series A-Investor, der vor ein paar Monaten erst dazugekommen ist, an dem du dann sagst, ja, die Renditeerwartung ist super gering und die Founder wollen auf einmal verkaufen. Natürlich ist, also ne, da kann man denen, glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, dass die sagen, ne, finden wir jetzt nicht so geil. Geht mal auf Funding. So, und dann hieß halt, war das, war die Quittessence von diesem Board-Meeting. Kosten massiv reduzieren, super Idee, machen wir. Weitere Expansion machen wir nicht und wir schauen, dass wir, dass wir die 10 Millionen zusammen kriegen und wir investieren natürlich nur intern, wenn es auch jemand extern gibt. Das heißt, Anfang 2023 war geprägt von Bridge-Financing. Ich muss ne Bridge reinholen und Lay-Off. Und da haben wir wirklich uns die Frage stellen müssen und das war eine sehr harte Fragestellung, welche von unseren Mitarbeitenden machen jetzt, jetzt gerade den Unterschied aus, unabhängig davon, ob sie Stars sind für die Zukunft oder nicht. Dann kannst du dir vorstellen, dass viele Leute, die von Anfang an dabei waren, die hungrig waren, die, die Kultur von Liefergrün und letztendlich auch das, wofür es ein Stück weit gestanden hat, aufgebaut haben, dass du die auf einmal kündigen musst, weil dir bleibt nichts anderes übrig, weil Marketing macht in dem Moment keinen Unterschied. Sondern das heißt, das Einzige, was einen Unterschied macht, ist mehr Kunden, Kosteneinsparung. Das heißt, alle operativen Funktionalitäten, Customer Support etc. müssen auf das Minimalste runtergesetzt werden. Und so verlierst du dann natürlich auch deine Kultur. und das heißt, der Anfang 2023 war davon geprägt, bis zum Sommer Bridge Financing zu bekommen, Layoffs zu machen und irgendwie auf maximalen Sparkurs zu gehen. Was macht das mit der Morale in so einer Firma? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie gut du es kommunizierst. Ich würde rückblickend sagen, dass wir es sehr gut kommuniziert haben und dass wir es sehr gut gemacht haben. Und klar, es ist ein Downer, aber wir haben, ich glaube, einen einzigen Mitarbeiter danach noch verloren, der gesagt hat, nee, das ist nicht mehr das, was es ist. So. Das, was es erst mal macht, ist natürlich mega, also, keine Ahnung, wenn ich jemanden kündige, der von Anfang an Liefergrün aufgebaut hat, auch Shares hat, aber dann irgendwie ein Cliff Period ist oder ganz klar no signs of irgendwie ein Exit für seine eigenen Shares hat. Jemand, der vielleicht auch ein Freund geworden ist, klar, tut das weh. Und natürlich habe ich auch Tränchen verdrückt, als ich Leute kündigen musste. Aber ich glaube, es kommt dann auf die Kommunikation an und ganz klar und transparent zu sagen, das ist die Situation. We are full of shit. Wir haben eigentlich nur noch einen Überlebensmodus und der sieht wie folgt aus. Wir haben einen klaren Plan, liebe Leute, die da bleiben. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Wir haben hier das Zepter und das Ruder in der Hand und liebe Leute, die uns verlassen müssen. Es tut mir unglaublich leid, aber das ist die Begründung, warum. Und wir versuchen, diesen Exit so fair wie möglich für euch zu machen. Das heißt, wir haben wirklich gesagt, du kriegst ab jetzt Urlaub, drei Monate bezahlt. Und dafür gehst du raus, bläst es dabei und hast einen schönen Sommer oder Frühsommer, Frühling. Das war so, wie wir es kommuniziert haben und ich würde sagen, und darauf komme ich vielleicht später nochmal zu sprechen, aber wenn du dann quasi ein paar Monate später deine Insolvenz verkündest und diesen gleichen Menschen, die du in diesem Zeitpunkt gekündigt hast, sagst, jo, bevor ihr es von der Presse hört, wir haben Insolvenz anmelden müssen und die teilweise aus, und das ist emotional halt, teilweise aus Münster, aus München plötzlich angereist kommen, um mit dir als Gründer noch mal so ein Last Dinner zu haben. Das habe ich halt noch nie erlebt. Und das ist halt irgendwie so ein mega krasser, emotionaler Moment, wo du halt merkst, ey, du hast die eigentlich alle gekündigt, du hast die alle vor die Tür gesetzt und die kommen trotzdem und machen mit dir einen Dinner und trinken dann noch bis drei Uhr morgens oder so mit dir was und sind dir 0,0 sauer, im Gegenteil sagen, wie viel die gelernt haben. Es ist unbeschreiblich gewesen. Es war, glaube ich, von allen Momenten so der Moment, der für die Ewigkeit bleibt. Und deswegen glaube ich, dass wir es im Nachhinein betrachtet sehr gut kommuniziert haben, weil sonst wäre das, glaube ich, auch nicht passiert. Das liegt wahrscheinlich nicht nur an der Kommunikation in dem Moment, sondern auch an dem, was ihr davor aufgebaut habt. Was würdest du sagen, hat die Liefergrün-Kultur ausgemacht, dass das überhaupt so weit kommen konnte, dass diese Leute dann in dem Moment sagen, hey, das war so viel für uns, dass wir jetzt zu diesem Dinner auch noch mal kommen und da wirklich auch bleiben und eben nicht das Gefühl hatten von, hey, so eine Scheiße, die hier passiert ist. Ja, mein Chief of Stuff würde mich jetzt wahrscheinlich umbringen. Aber ich glaube schon, dass wir eine sehr familiäre Kultur hatten. Ich weiß, und deswegen würde er mich wahrscheinlich jetzt umbringen, Business is not a family, it's a football team. So, du musst immer den besten Player aufstellen. Ich glaube aber, dass wir das beides irgendwie gemacht haben. Also auch eine Fußballmannschaft ist letztendlich, solange sie zusammen spielt, wie eine Familie irgendwie. Und wir haben es geschafft und ich würde sagen, dass es sehr ähnlich ist wie im Silicon Valley, dass du nicht einfach nur the job is the job hast, sondern the job is part of your life und your life is somehow Liefergrün auch. Und wir haben sehr viele Freundschaften durch Liefergrün entstehen lassen, die trotzdem sehr professionell im Kontext von der Arbeit waren. Und das hat am Ende dazu geführt, dass Leute, die in Extrameter gegangen sind, ja, also wenn, ich erinnere mich zurück, dass wir in Hamburg so viele Paletten einmal hatten zu Weihnachten, dass wir unser Versprechen nicht hätten einhalten können, an den Kunden alles vor Weihnachten auszuliefern, was natürlich massive Abfuck gewesen wäre, um es auf Deutsch zu sagen. Aber ich habe selten eine Firma gesehen, wo die Mitarbeitenden sagen, okay, ich kann mich noch erinnern, es war der 19.12., weil es mein Geburtstag war. Ich habe quasi einen Kuchen geschenkt bekommen von meinen Mitarbeitenden. Wir hatten All Hands, im All Hands haben wir davon erfahren. Und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt rüber nach Hamburg fahren. Und die Leute stehen auf einmal mit vier, fünf Autos vor dir, mit Schlafsäcken und sagen, let's do it, lass uns zusammen rüber. Und dann fahren die da und liefern Pakete aus in Hamburg und das vom 20. bis zum 23., teilweise 24.12. Das machst du in keiner anderen Firma. Keiner anderen Firma, wo die Kultur nicht oder die Firma nicht part of your life ist. Du hast gerade angesprochen, dass du irgendwie so die ein oder andere Träne verdrückt hast in dem Moment, wo du die erste Entlassungswelle machen musstest. Und wie geht es dir in so einem Moment? Wie kommst du in so einem Moment von deinem Arbeitstag nach Hause? Wann endet der Tag? Und mit wem redest du darüber? Also, mit wem rede ich darüber? Family und Friends. Meine Familie ist immer zu jedem Zeitpunkt irgendwie ein Fels in der Brandung gewesen für mich. Ja, das ist auch super wichtig. Und die ist zwar nicht sofort hier in Berlin, aber letztendlich immer für mich da und würden immer kommen, egal was ist. Auch in der Insolvenz war die Familie letztendlich ein extrem starker Halt und dann aber auch Freunde wie hier in Berlin. Wie kommt man mit sowas klar? Letztendlich, du hast eine große Liste und du hast eine Fragestellung und die Fragestellung war, wer ist für jetzt aktuell und für die nächsten drei bis sechs Monaten entscheidend für die Firma. Und unabhängig von irgendwelchen persönlichen Gefühlen für eine Person musst du sagen, ja oder nein. Dann hast du eine Liste mit einem X dahinter. Wenn du eine X hast, dann kannst du nur die Frage stellen, das war die nächste Frage, wie kannst du für die Menschen diesen Exit so fair und gut wie möglich machen. Dann hast du das beantwortet mit, okay, die kriegen sofort frei, drei Monate bezahlten Urlaub, eine mega Referenz, kommen auf eine Liste, ich versuche denen irgendwie einen Anschlussjob zu finden und ich bin so offen und ehrlich wie nur möglich und nehme selber Verantwortung dafür auf. und wenn das dann durch ist, dann fühlst du dich natürlich scheiße. Auch in dem Moment. Ich glaube, in dem Moment ist aber immer noch so, du weißt, du musst performen, du musst es durchkriegen, kannst es nicht abbrechen und es wäre auch super unfair den Leuten gegenüber, keine Ahnung, wenn du nach einem zweiten Interview abbrichst und die anderen wissen, dass sie gekündigt werden, weil sie haben diesen Termin drin und ich nehme den Termin, ich war und sage ihnen nicht ehrlich, was Sache ist und kann mich nicht zusammenreißen. Aber wenn das dann vorbei ist, dann gehst du nur noch nach Hause, legst dich in dein Bett und das war der Moment auch, wo ich geweint habe. So und dann, keine Ahnung, ich bin so ein Frustfresser. Ich habe auch über die schlimmste Zeit irgendwie 15, 20 Kilo zugenommen, die ich jetzt kräftig ab, ab, ab trainieren bin, aber bestellt sie dann, keine Ahnung, Sachen, die ich jetzt nicht runterkriegen würde. Ich habe mir irgendwie zwei Double-Smash-Burger reingezogen dann, ja, innerhalb von zehn Minuten irgendwie. Zack, zack, zack. Versuchst du irgendwie zu kompensieren. Wie hast du es geschafft, dann am nächsten Tag trotzdem in die Firma zu gehen und zu sagen so, shit, jetzt muss ich halt durchziehen? Ein unglaublich gutes Leadership-Team, vor allem mein Partner an deiner Seite, in dem Fall Nils, wo hundertprozentiges Vertrauen herrscht, dann aber auch jemanden vom, man muss ja auch sagen, wir hatten vorher auch mit Max zusammen gegründet, Max, der der Firma unglaublich viel gegeben hat, dann aber für sich selber entschieden hat, als die Series A kam, okay, es wächst schneller als ich irgendwie persönlich und ich gehe jetzt erstmal in die Operative zurück und trete zurück von meinem C-Posten, was bis heute, finde ich, unglaublich viel Respekt abverlangen muss und auch von mir bekommt. Und Max ist mein bester Freund in Berlin heute noch und der sich dann hochgearbeitet hat und der dann aber auch da ist, um letztendlich mich zu trösten und mir Halt zu geben. Das musst du dir mal vorstellen, jemand, der sagt, C-Level ist mir jetzt zu schnell, ich gehe lieber runter und arbeite mich hoch, aber ich bin trotzdem für dich da und bin dein Halt, wenn du Hilfe brauchst. Ich habe noch nie eine Person wie Max gesehen, so, Maschine, wirklich und diese zwei Menschen und dann natürlich dieses unglaublich große Team, was trotzdem geglaubt hat. Und wir hatten ja ein Team trotzdem noch von mit der Operativen von 74, 75 Mann und Frau, die geglaubt haben, wir schaffen es. Wir haben ja offen kommuniziert, wir wollen eigentlich einen strategischen Partner finden. Strategischer Partner gleich Exit. So. Und trotzdem haben alle an einer Linie, an einem Strang gezogen und dann kannst du nicht als Gründer und CEO sagen, nee, funktioniert nicht. Du musst, du musst funktionieren. Wie viele Leute hast du gehen lassen? Ich habe an einem Tag 23 Leute gekündigt. Da waren noch knapp über 70 da. Wir hatten von 54 auf 31 im Headquarter gekürzt und anschließend nochmal auf 21 gekürzt. und dann in den Standorten haben wir eigentlich nicht viel gekürzt. Wir haben nur eine Stelle abgebaut und das war der stellvertretende wir haben das Terminal genannt, so eine Lagerhalle, Terminalleiter und haben das quasi in einer anderen Position quasi dazugegeben. das heißt, wir haben nicht viele Stellen und operativen abgebaut, aber mehr als die Hälfte am Ende im Headquarter. Was ist, also ich kann mir vorstellen, dass es auch zusammenschweißt dann, wenn man sagt, wir 75 Leute circa, wir pushen da jetzt noch wirklich gemeinsam und das ist ein krasses Momentum auslösen kann. Ja. Wie hast du die Zeit danach wahrgenommen? Genauso. fokussiert. Alle arbeiten in eine Richtung. Es ist kein Happy Eierkuchen mehr, so. Friede, Freude Eierkuchen. Ich bin nicht so gut in den Sprichwörtern. Du merkst es schon, ja, und du siehst auch, dass alle auf dem Zahnfleisch laufen, ja, keine Ahnung, die arme Anne, die bei uns alles im HR gemacht hat, als einzelne Person für alle die Lohnabrechnung gemacht hat, dann das Hiring gemacht hat, dann die Nachbesetzung in der Operativen wie auch im Headquarter immer für alle Belange da war, also, ich weiß nicht, wie oft Anne mir gesagt hat, ich laufe auf dem Zahnfleisch, aber ich hatte keine andere Möglichkeit, konnte nicht noch jemanden dazuholen, ich hoffe, dass sie bis da dafür sehr viel gelernt hat und das hat sie auch, ist glaube ich, einer der besten HR-Menschen jetzt in Berlin, aber ja, du versuchst einfach nur mit allen irgendwie mega fokussiert nach vorne zu blicken, eine Richtung zu gehen und versuchst halt irgendwie ja, den Exit oder beziehungsweise das Beste für die Company hinzukriegen, das war die Strategie, das war die Taktik und das war der Plan, den wir hatten, den Meilensteinplan, alle wussten, wo es hingeht, aber wir mussten halt im Board die Einigkeit haben, dass wir in Richtung Exit gehen, was halt nicht da war und das glaube ich hat auch, ich glaube, das haben wir gut vom Team weggehalten, dementsprechend das Team ist gut fokussiert nach dem Plan gelaufen, aber uns hat das schon glaube ich in der Führung beziehungsweise in der strategischen Ebene schon zerrissen. Wie habt ihr die Uneinigkeit gemanagt, also gab es dann irgendwann später Einigkeit in Richtung Fundraising oder M&A oder wie hat sich das dann später verhalten? Also ich meine, wir haben Anfang 2023 ja diese Bridge-Ansage oder beziehungsweise Entscheidung gemeinsam gefällt, dass wir die Bridge machen, hatten dann einen Investor, der unbedingt investieren wollte, hätten dann die 10 Millionen insgesamt zusammen gehabt, der ist dann kurz vorher abgesprungen, kurz vor Termsheet, das ist halt auch nochmal, also irgendwie nochmal einen Schlag ins Gesicht irgendwie und dann war halt irgendwie Sommer und dann war klar, okay, wir kriegen diese Bridge nicht, alle abgesagt und ich habe glaube ich mit in dem Fall 150 potenziellen Bridge-Investoren gesprochen, alle abgesagt, dann kommt Sommer und dann richtest du dich neu aus und dann bist du in diesem Sommer, hast wieder Board-Meeting und sagst, dass ihr nicht viel verändert habt, dann sehr glücklich haben die Bestandsinvestoren investiert und die Hälfte der Bridge gemacht, das war aber dann natürlich auch damit verbunden, dass wir jeden Monat Meetings haben, beziehungsweise alle zwei Wochen, dass wir dann wieder Report ablegen müssen, das heißt, du hast auch schon viel Arbeit machen müssen, eigentlich nur um zu reporten, aber nicht wirklich, um halt die Firma nach vorne zu bringen und dann hieß es halt, okay, wir bereiten jetzt vor, nach dem Sommer Series-B Funding, nicht eine Bridge von 10 Millionen, sondern Series-B 20 Millionen und du erinnerst dich, Nils hat Anfang des Jahres 2023 gesagt, wir müssen verkaufen, genauso wie die Early-Stage-Investoren, aber gut, du kriegst dann natürlich auch so ein Bild vorgelebt, so, hey, guck mal, wie deine Topline wächst, die Kosten gehen runter durch die Layoffs, irgendwie sieht alles besser aus, du kriegst mehr Kunden rein und das reicht doch, um eine Series-B zu raisen und klar, hoffst du es ja auch, ich als Gründer habe natürlich darauf gehofft, diese Series-B zu raisen und weiterzumachen, weiterzuwachsen, nicht weiter und wie managst du die Uneinigkeit, wir hatten Board-Meetings, wo jeder seine Meinung gemacht hat und am Ende hieß es aber, wir müssen Entscheidungen fällen als Management-Team und ich glaube, am Anfang habe vor allem ich mich zu viel von diesen Meinungen beeinflussen lassen, also ich glaube, ich habe zu viel davon, zu viel gedacht, die müssen es ja besser wissen anstatt mein Ding oder unser Ding zu machen und zu sagen, nein, wir machen jetzt das und das, wir machen jetzt Exit, ich habe glaube ich auch dieses Board mehr gesehen als jetzt das sind die Entscheider, aber eigentlich hätte ich viel mehr im Driver-Seat sitzen müssen. Ganz kurz, das ist keine Rechtsberatung, aber das war auch während der Corona-Zeit ein bisschen anders, was du liefern musstest und das war jetzt aber schon wieder die neue Regelung, nachdem die Corona-Regelung ausgesetzt war, oder? Also die Corona-Regelung war quasi drei Monate Fortbestehungsprognose oder vier, weiß ich nicht mehr genau, die mussten wir dann immer nachweisen, danach war es zwölf Monate und wenn du keine zwölf Monate hast, dann musst du eine Überschuldungsrechnung machen, das bedeutet, du musst quasi berechnen, wie viel Geld bräuchtest du, um die Firma zu liquidieren, also nicht in die Insolvenz laufen zu lassen, sondern quasi geordnet abzuwickeln, alle Verträge zu kündigen und dementsprechend die Kosten abzubauen, auf null zu bringen und wenn dein Kontostand da drunter ist, dann hast du eigentlich, wie gesagt, keine Rechtsberatung, aber ich glaube, das ist wirklich wichtig, wirklich wichtig, dass alle Gründer sich das bewusst machen, weil die Shareholder pushen natürlich in die eine Richtung, so, ja, wird schon nicht so schlimm sein und Insolvenz ist nicht so versprochen, wir werden niemals über eine rote Linie gehen. Ja. Du hast gesagt, CLA 1, 2, 3 Terms werden schlechter, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, ich meine, ihr steht mit dem Rücken zur Wand, könnt nichts anderes machen, als zu sagen, ja, okay, wenn wir das Geld nicht nehmen, dann gibt es uns halt morgen nicht mehr, bis wir morgen vielleicht zum Amtsgericht, wann war der Punkt, dass es auch damit halt irgendwie nicht mehr weiterging, also, dass man dann sagen musste, okay, der nächste CLA reicht nicht, was war der Punkt, wo es dann wirklich über die Klippe gesprungen ist? Ja, also, wir mussten ja immer sagen, quasi, wofür ist, wofür diese Bridge hin? Und am Anfang war der Glaube immer in Richtung Finanzierungsrunde, dann irgendwann zum Glück ab Oktober in Richtung Exit. Da haben wir auch wirklich gut Traction gemacht, also, wir haben superviele Käufer, potenzielle Käufer angeschrieben, hatten Gespräche, hatten Vigences, das heißt, wir hatten vor Ort Termine mit Unternehmen, die unsere Firma attraktiv fanden und potenziell gekauft hätten oder kaufen wollten. Und dann hieß es, wie von Anfang an versprochen, wenn ihr jemanden habt mit Termsheet bis Weihnachten, in dem Fall war das zwischen Weihnachten und Neujahr, dann machen wir eine neue Runde, um dieses Termsheet zu realisieren. Und dann haben wir angefangen, über diese Runde zu diskutieren. Man wusste auch jeder, was da für eine Kaufsumme drinsteht und jeder hat dann angefangen zu rechnen. Und so wurde es halt so, dass die Liquidationspräferenz, wir hatten zu dem Zeitpunkt 22 Millionen Euro eingesammelt, Teaser, dabei ist es geblieben, dass jeder natürlich, also wir waren bei diesen 22 Millionen bei einer Liquidationspräferenz von 30 Millionen, das war unter, die Liquidationspräferenz war unter dem Kaufangebot, was auf dem Tisch lag. Das heißt, darüber hinaus gäbe es Auszahlungen, wurde dann bei der letzten, bei dem letzten CLA das alles so gedreht, Pay to Play, dass die Liquidationspräferenz auf 60 Millionen Euro hochgegangen ist. Das heißt, eigentlich nur die Investoren, die jetzt in diesem letzten CLA oder in der letzten Runde investieren, kriegen Return auf ihr Geld. Weil das Kaufangebot wahrscheinlich in dem ähnlichen Rahmen liegt. Nee, das lag dann darunter, aber man hat das, man hat das, man hat die Terms so gemacht, zu sagen, okay, das Risiko ist hoch und nur die, die jetzt noch quasi reingehen und zahlen, die sollen auch von diesem Verkauf profitieren. Und musst du dir vorstellen, dass so ein Angel, der von Anfang an, weil diese Leidensgeschichte dabei war, sich gefreut hat mit uns, geleidet hat mit uns, wirklich vor den Kopf gestoßen wird. Und so ein Angel hat dann nicht nur uns als Investment, sondern vielleicht auch noch Gorillas, das ist genauso passiert. Hat es noch einen anderen Investment Case, ist genauso passiert. Auf einmal fragt sich ein Angel Investor, warum soll ich eigentlich noch Angel Investment machen, wenn die VCs mit den großen Taschen dann uns rausdrängen können. Und man muss ja sagen, dass nicht alle VCs so sind. Am Ende ist es aber auch deren Job, das Maximale rauszuholen. Deswegen darf man da auch nicht böse sein. Also man muss von Anfang an wissen, auf was man sich einlässt. Und unsere Lickprev ist dann hochgegangen und wir als Management und als Team, Gesamtes Team, weil wir hätten ja bei der Lickprev nichts bekommen. Ja, wir hätten da nichts bekommen, aber wir hatten quasi nochmal so ein Incentive über quasi eine M&A Incentivierung. Also wenn der Deal zustande kommt, kriegt ihr so und so viel Prozent vom Exit-Deal. Das heißt, am Ende haben wir alle diese Finanzierungsrunde durchbringen und tendenziell habe ich ja vorhin schon angeteasert, im Januar ist der Burn extrem hoch. Einfach weil November und Dezember Working Capital, nochmal Reminder, wir müssen da was vorbezahlen und dann war der Burn natürlich im Januar auch sehr hoch und wir haben das reported an unsere bestehenden Investoren, klar, weil wir eine Reporting-Pflicht haben. Das hat aber das war einfach schlechtes Timing, dass es ausgerechnet der Januar war, das hat halt zur Verunsicherung geführt. Reicht das Geld aus? Und wir haben ja einen Plan mitgegeben, das hätte ausgereicht, um die Transaktion über die Bühne zu bringen. Reicht das Geld aus, was wir jetzt einsammeln bei diesem Burn? Der Burn ist so hoch, die Tendenz ist total negativ. Ja, klar, weil wir reden hier über den Januar ist immer der Monat mit dem höchsten Burn. Und dann auch noch zusätzlich der Fakt, dass dieses Angebot von einem Logistikunternehmen aus China kam, wo man natürlich auch nicht ganz einordnen kann, okay, wie ist da die Strategie, wie ist da die Rechtsregelung, weil letztendlich kann man da niemanden verklagen, so wirklich, aus Deutschland heraus, hat halt dazu geführt, dass sehr große Verunsicherung bei diesem Lead Investor war, der sich dann, und das ist das, was mich im Nachhinein sehr enttäuscht hat, 24 Stunden vor Notartermin abgesagt hat. Und dieser Notartermin war am Freitag, und wir hätten diesen Notartermin am Freitag durchführen müssen und haben das klar kommuniziert, und am Donnerstag Abend habe ich einen Anruf bekommen, erstmal eine WhatsApp-Nachricht, Nils, an Nils und mich, können wir bitte kurz telefonieren, und dann sind wir in dieses Telefonat reingegangen, wo dann ein Investmentanalystin oder Investmentmanagerin noch nicht mal der Gründer von diesem Fonds, nicht mal der Partner, nicht mal ein CEO, die dann gegenüber sitzt und die Investmentmanagerin, die hat uns immer begleitet durch Höhen und Tiefen, die hat genauso mitgelitten wie wir. aber ich hätte erwartet, dass da wenigstens dann irgendwie höhere Instanz noch dabei ist, die dann sagt, die Reise ist vorbei, weil der Fakt, der ist in Ordnung, der Fakt, das ist Business, dass es so ist, aber ich glaube, das, was halt in dem Moment klar war, ist, wir haben nicht mal Zeit, um Fire-Sale zu machen, wir hätten nicht mehr, wir haben ein Angebot auf den Tisch für gewissen Betrag und wir hätten auch für einen Euro verkaufen können, vielleicht, und hätten das alles schnell über die Bühne bringen können und die Mitarbeiter hätten alle ihre Arbeitsplätze erstmal behalten, man weiß ja nie, was der Käufer dann macht, aber das war in diesem Moment alles weg, weil versuch mal ein Fire-Sale über Freitag, Samstag, Sonntag zu machen. Haben wir versucht übrigens, haben von einem DAX-Konzern, von einem CEO vom DAX-Konzern, auch, nee, war nicht DAX-Konzern, doch, doch DAX-Konzern, hier den Piepmatz bekommen mit, ihr wollt da jetzt nicht wirklich über das Wochenende eure Firma verkaufen für einen Euro, kann ich nicht zustimmen, kann ich nicht machen, ich brauche da für eine Woche und das ist schon verdammt schnell. Und dann war es so, dass am Montag unser Antrag, den wir am Freitag eingereicht haben, bearbeitet wurde und Liefergrün in der vorläufigen Insolvenz war. Ich glaube, wir müssen einmal erklären zwischen vorläufige und dann auch der Unterschied zur finalen Insolvenz, also was dann in dieser Phase passiert, was dann, weil ich denke, dass viele zwar das Wort Insolvenz hören und kennen und einordnen können, aber dass es da doch ein paar Unterschiede gibt, die auch aus edukativen Zwecken wahrscheinlich doch relevant sind zu beleuchten. Genau, also vorläufige Insolvenz ist erstmal die Geschäftsführung stellt einen Antrag, weil sie glaubt, dass Insolvenz vorherrscht, dann kommt ein, das geht zum Gericht, das Gericht sagt, wir bestellen vorläufigen Insolvenzverwalter, der Insolvenzverwalter kommt in die Firma, schaut sich das an und stellt als erstes fest, ob es eine Insolvenz wirklich gibt oder nicht, die hat da relativ schnell feststellen können und macht sich ein Bild davon, ob der Deckungsbeitrag positiv ist, ja oder nein. Das war bei uns natürlich auf Company-Level nicht der Fall. Macht sich ein Bild davon, könnte die Firma Cashflow positiv sein, wenn man die Mitarbeitergehälter rausrechnet, weil es gibt ja Insolvenzgeld in Deutschland, für drei Monate, um dann nochmal das Ruder umzuschmeißen, beispielsweise, das war auch bei uns nicht gegeben, weil die größten Kosten waren, oder der größte negative Punkt war eben beim Deckungsbeitrag und dann ist die Entscheidung innerhalb von zwei Stunden relativ klar, was der vorläufige Insolvenzverwalter macht, nämlich die Masse retten und das bedeutet sofort alles abschalten. Das heißt, innerhalb von zwei Stunden war unsere komplette, kompletter Revenue bei null. Alles weg. Wie war der Moment, das selber mitzuerleben? Die Insolvenz? Wir hatten ein Teammeeting, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, wie da die Emotionen waren. Ich habe es einmal kurz gesagt, was los ist und dass es mir unglaublich leid tut und dann hat Nils übernommen, weil ich quasi geweint habe vor den Leuten, weil klar, es ist vorbei und Nils hat dann übernommen, um den Leuten zu erklären, was so die nächsten Schritte sind und wie es weitergeht, was es für jeden Einzelnen bedeutet, aber mir war wichtig, dass ich die Message klar sage, was los ist und was passiert ist und bin auch sehr froh, dass Nils dann übernehmen konnte. Aber ja, es ist erst mal, es fühlt sich erst mal so an, als ob dir jemand den Boden wegreißt, wirklich. Es ist wirklich so, du denkst, du denkst dir, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast und jeder Einzelne für so ein Ende und du bist aber natürlich komplett in der Unbekannten, so, was kommt denn jetzt als nächstes, du hast es noch nicht mitgemacht, so eine Insolvenz, was bedeutet das für mich persönlich, was bedeutet das für die Mitarbeiter, das weißt du ja auch nicht hundertprozentig, klar hat der Insolvenzanwalt dir das alles vorher erklärt, aber so richtig durchgemacht hast du es auch nicht und dann hast du die Investoren, die fragen auf, wie geht es weiter, dann hast du ein paar Investoren, die sagen, hey, wir sind bei dir an der Seite und wir helfen dir, vor allem die frühphasigen Investoren, die ja eigentlich gar nichts mehr mit der Situation zu tun hatten, also man muss wirklich sagen, der Partner von Speed Invest und auch der Principal von Norsken und auch die Angels, die waren so, so nah bei uns und die haben so mit uns gefühlt, genauso wie die Investmentmanagerin von dem Series A fand, die haben mitgefühlt mit uns und haben wirklich supported, aber am Ende müssen wir da durch und wir mussten dann dem Insolvenzverwalter helfen, dem vorläufigen, so schnell wie möglich alles abzuwickeln. Und was bedeutet das jetzt für dich? Für mich bedeutet das, also ich bin dann irgendwann nach zwei Monaten freigestellt worden, also wir haben es abgewickelt, mein Job war dementsprechend als Geschäftsführer nicht mehr erforderlich, wurde freigestellt, ich bin immer noch Geschäftsführer, wir haben immer noch die Insolvenz, das geht auch noch, ich bin auch im Insolvenzverwalter immer im Kontakt, ja, aber es ist letztendlich der Arbeitsaufwand, zwei Monate war Arbeitsaufwand, danach ist eher weniger Arbeitsaufwand, man hilft natürlich noch da Auskunft zu geben, wo man Auskunft geben kann, aber für mich persönlich bedeutet das, mein Business, was ich jahrelang aufgebaut habe, ist weg, zwei Monate danach fühlen sich unglaublich scheiße an, also ich war wirklich in einem Loch, also es ist halt so, ich wusste ja, der Kopf hier oben sagt, du wusstest, dass es passieren kann, it's the worst case scenario und du hast immer gesagt, ja, wenn es passiert, dann passiert es, aber ich habe ja super viel gelernt und mein Kopf hat die ganze Zeit das wiederholt, ja, natürlich habe ich viel gelernt und unglaublich großes Netzwerk aufgebaut und ich bin unfassbar dankbar für diese Reise, die wirklich mir unglaublich viel gegeben hat, mir sehr viel Professionalität gegeben hat im Businessleben mich auf der professionellen Seite natürlich auch altern hat lassen, reifer hat werden lassen, ich bin unglaublich dankbar, aber im ersten Moment hast du trotzdem deine Firma verloren und das fühlt sich einfach am Herzen, das fühlt sich im Bauch und das fühlt sich irgendwie in den Tränensäcken einfach schlecht an und das bedeutet, dass du reizbar bist, dass du weinst, dass ich bin tagelang nicht aus dem Bett gekommen, also wirklich, ich muss dir vorstellen, du wachst morgens auf und ich bin bis 11 Uhr liegen geblieben im Bett, ich habe quasi die Abwicklung aus dem Bett gemacht, weil es mir einfach schlecht ging und irgendwann habe ich dann auch meine Familie angerufen, meine Mutter und habe gesagt zu Mama, ich weiß, komm mir nicht so, ich weiß es ja, dass ich alles richtig gemacht habe und dass es alles mega krasse Erfahrung ist und dass ich nur stärker dadurch werde und nur profitieren werde, alles was deine Mutter dir dann so sagt, ich weiß das alles, aber mir geht es trotzdem einfach scheiße und was meine Eltern gemacht haben, war in dem Moment, die haben sich Urlaub genommen, beide, mein Vater und meine Mutter und wir sind nach Dehaan an die See in Belgien gefahren, haben gesagt, komm rüber, wir fahren, machen Urlaub eine Woche lang, da wo ich immer als Kind schon war mit meinen Eltern und die Familie hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, genauso wie meine Freunde, die ja auch in der Heimat und die ja wirklich auch mein bester Freund, wie oft er auf mich verzichten musste, auf irgendwelchen Veranstaltungen, weil ich halt mein Business gemacht habe und trotzdem ist er da, aus der Heimat, ich kann jederzeit da hinkommen und jederzeit anrufen, genauso wie mit dem kompletten Freundeskreis, das ist so, ich bin dazugekommen und es war so, als ob ich nie weg gewesen wäre und ich war de facto weg und man hätte es ihnen nicht übel nehmen können, wenn sie gesagt hätten, wer bist du eigentlich, so die letzten drei Jahre warst du nie hier und jetzt, wo dein Business gescheitert ist, kommst du hier plötzlich an und das hat mir unglaublich viel Halt gegeben, das hat mir unglaublich viel zurückgegeben, Kraft gegeben und nach zwei Monaten weißt du dann auch, okay, der Kopf hatte Recht und das füllt das Herz auch mittlerweile, ich bin Gründer vom Herzen und ich kann es jedem nur empfehlen, Gründer zu sein, ich habe meine Reise angefangen mit dem Satz von Tarek Müller, der mir damals gesagt hat, der Gründer von About You, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du heute gründest und natürlich stand, der Satz wurde am Freitag gestellt, Flo Dostart war übrigens auch dabei, der hier da sitzt, wo du sitzt, der war auch auf dieser Reise dabei und das war so für uns die Reise, wo wir angefangen haben zu gründen, weil das war am Freitag und am Wochenende haben wir uns Gedanken gemacht, was eigentlich das Schlimmste, Insolvenz, zu scheitern, aber so what, die Erfahrung, die du machst, ist ja bei Weitem tausendmal besser als das, was du irgendwie an deinen Unterscheitern verstehst. An diesem Wochenende habe ich mich damit ja schon befasst, bevor ich Gründer geworden bin und habe trotzdem, obwohl ich wusste, dass die Insolvenz quasi Worst-Case-Szenario ist, was ich nicht als schlimm angesehen habe, weil sonst hätte ich nicht am Montag entschieden, meinen Job zu kündigen bei Henkel und Gründer zu werden und deswegen sage ich bis heute, es war die beste Entscheidung meines Lebens, Gründer zu werden. Ich werde wieder Gründer werden, ich werde mein Leben lang Gründer bleiben, ich kann es jedem nur empfehlen, Gründer zu sein und zu werden und sich nicht davon abzuhalten vom Scheitern, weil Scheitern ist Business-wise vielleicht ein Scheitern, aber nicht persönlich und jeder, der mir sagt, du bist gescheitert, der hat keine Ahnung, weil ich bin so viel reicher geworden an Erfahrungen und an Wissen an Emotionen und ich bereue keinen Schritt. Denkst du heute anders aufgrund all der Erfahrungen über Company Building nach? Ja. Inwiefern? Es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich werde nur noch Bootstrappen. Mein nächstes Ding wird Bootstrapping. Davon bin ich aber mittlerweile wieder weg. Ich glaube, es kommt darauf an, was du bauen willst, ob du es mit Investoren machst und es sind so viele tolle Investoren da und wir hatten auch super viele tolle Investoren bei uns und du kannst auch Bootstrappen. Ich glaube, es kommt darauf an, was du machen willst. Aber das, was ich gelernt habe, ist wirklich, was sind so die Punkte, wo du dich darauf einlässt und wie du dann auch damit umgehst. Und ich glaube, wenn ich eine Company gründe, werde ich, und das werde ich, werde ich immer als der da stehen wollen, der einen klaren Plan hat und selber entscheidet. im Driver Seat ist mit dem Mitgründer oder Mitgründerin. So, never lose the Driving Seat. Das ist eigentlich so eins der wichtigsten Sachen und mach nicht die gleichen Fehler nochmal, weil wir haben genug Fehler gemacht. Das ist auch in Ordnung. Das passiert jedem. und ich würde sagen, Company Building must be fun, must be hard work. Also ich glaube, so einfach geht es nicht. So dieses typisch Berlin, Berlin, Tischtennisplatte und so weiter. Klar kannst du eine Tischtennisplatte haben, aber ein Startup zu gründen, ist harte Arbeit. Und wenn du erfolgreich sein willst, musst du harte Arbeit leisten. Egal ob Gründer oder Mitarbeiter. Du musst wissen, worauf du dich einlässt. Und ich glaube, so ein bisschen rückblickend, fühl dich niemals zu sicher. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, keine Ahnung, wir hatten dann diese 500 Lieferungen, wir überspringen den Ramp-Up 2 und 3. Wir sind die Kings. Ich habe mich teilt, also wirklich, weil ich war auf jeder Veranstalter, von jedem VC eingeladen, und auf jeder Veranstaltung habe ich gesprochen auf der Bühne und habe gezeigt, wie geil mein Business ist und VCs wollten investieren. Wir hatten Termsheets, wir hatten kompetitive Situationen. Aber es kann halt alles schnell vorbei sein. Dieser ganze Fame, dieser ganze Hype muss nur platzen. Fokussier dich auf das, was wichtig ist und jetzt mal ganz ehrlich, wenn du nur eine Million Euro Umsatz machst, bist du niemand. Wenn du 10 Millionen Euro Umsatz machst, bist du niemand. in dieser Welt, sage ich jetzt mal. Du hast mega viel erreicht, aber ich glaube nicht, dass du mit einer Million oder mit 10 Millionen, aber auch nicht mit 100 und einer Milliarde oder sonst was dich jemals hinstellen darfst und sagen kannst oder sagen musst, ich bin der Geizte und mir passieren keine Fehler und glaube, rückblickend betrachtet, haben wir uns zu sicher gefühlt an einem bestimmten Punkt, nämlich da, wo wir nicht auf die Schnauze geflogen sind, obwohl wir damit gerechnet haben, nämlich beim ersten Ramp-Up und da war für uns so, uns kann nichts aufhalten. Ich glaube, das nächste Business muss ein bisschen mehr humble sein, weil alles kann so schnell vorbei sein. Das heißt, du musst diese ganze Journey genießen und ich glaube, dass du als Gründer sehr viel genießen kannst, trotz harter Arbeit, aber bleib immer humble. Ich glaube, wenn ich jemandem einen Tipp geben kann als Gründer, bleib humble und real. Verstell dich nicht. Ich bin so, wie ich bin und meine Persönlichkeit kann ich nicht ändern. Ich kann sich verstellen, es kommt irgendwann raus, ich bin so, wie ich bin und ich verstell mich nicht. Ich werde mich nie verstellen. Bei all dem, was wir gerade besprochen haben, ist ja so das zugrunde liegende Thema trotzdem auch irgendwie die ganze Insolvenz gewesen und am Ende bin ich super dankbar, wie offen du darüber sprichst, weil das ja ein Riesenthema ist. Wenn jetzt andere Gründer und Gründerinnen zuhören, die vielleicht auch über das Thema nachdenken und für sich entscheiden müssen, auf der einen Seite haben wir, glaube ich, gelernt, welche Berechnungen ich vielleicht auch selber immer vor Ort haben muss, um sagen zu können, wo wir stehen, einen Insolvenzanwalt zu haben, mit dem ich immer wieder spreche, um herauszufinden, was passiert, aber was sind vielleicht noch weitere Learnings aus dieser ganzen Zeit, die dann auch auf einen als Geschäftsführer zukommen, wo man darüber nachdenken muss und sich einfach bewusst sein muss, was das bedeutet, weil, wie du sagst, Investoren sagen, ja, Insolvenz ist ja nicht so schlimm, aber was bedeutet das denn noch? Ja, also als erstes ist klar, als Geschäftsführer hast du mehr oder Gründer und Geschäftsführer hast du mehr als nur, keine Ahnung, Unternehmen, sondern du hast irgendwie deinen Mitarbeitern, deinen Kunden und deinen Lieferanten gegenüber auch Verpflichtungen. Das ist, glaube ich, etwas, was jedem klar sein muss, dass es nicht irgendwie nur cool ist, Gründer und Geschäftsführer zu sein, sondern auch eben bestimmte Verpflichtungen mit sich bringt und eine dieser Verpflichtungen ist halt wirklich der Schutz von Gläubigern, also der Schutz von Leuten, denen du als Unternehmen Geld schuldest und wenn du halt in der Situation bist, wo du nicht profitabel bist, dann hast du Gläubiger und dann hast du die Möglichkeit, das zu finanzieren über beispielsweise Wagniskapital, VCs und Investoren aber auch dann ist klar, dass du irgendwann, wenn du jeden Monat Geld verlierst, irgendwann kein Geld mehr auf dem Konto hast und da geht es letztendlich um das Thema Insolvenz und ja, als Geschäftsführer einer GmbH hast du letztendlich eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aber das bedeutet nicht, dass du komplett aus der Haftung raus bist, du haftest trotzdem noch für viele Sachen und eine Sache ist davon eben alles, was du falsch machen kannst im Thema Insolvenz und da gibt es vieles zu berücksichtigen, aber bevor du diese Rechnung selber machst oder die Schlussfolgerung selber machst, ich glaube, in dem Moment, wo dir klar wird, dass dein Geld für weniger als zwölf Monate hält, solltest du dir als Geschäftsführer ernsthaft darüber Gedanken machen und auch wenn es elf Monate sind und Investoren sagen, das sind doch nur elf Monate, wir gehen an einen Fundraisen und dann ist gut, in dem Moment, wo du nur noch zwölf Monate Runway hast auf dem Konto und da drunter bist, solltest du dir Gedanken machen, wie du mit der Situation umgehst und mein Advice ist da ganz klar, hol dir einen Insolvenzanwalt an deine Seite, der dich berät, sodass du definitiv keine Fehler machst, weil wenn es am Ende dazu kommt, dass du irgendwie einen Fehler machst und das ist bei uns zum Glück nicht der Fall gewesen, weil wir haben von Anfang an einen Insolvenzanwalt dabei gehabt, der uns gesagt hat, was wir dürfen, was wir nicht dürfen und da geht es teilweise wirklich auch um Kleinigkeiten. Letztendlich bin ich dennoch der Meinung, solltest du, sobald du weniger als zwölf Monate auf dem Konto hast, solltest du dir jemanden professionellen an die Seite holen und wir hatten jemanden sehr kompetenten und da bin ich auch sehr dankbar drüber, dass diese Person uns auch in die Boardmeetings notfalls mit begleitet hat, weil ich glaube auch, was unsere Insolvent so gemacht hat, ist den Investoren auch beizubringen, was Deutschinsolvenzrecht bedeutet, weil es gab ja jahrelang nur eine Richtung nach oben. Das Schlimmste war irgendwie so ein Fire Sale für einen Euro. Es gab ja wirklich wenig Insolvenzen in der Startup-Serie, und auf einmal kommen sie. Und viele Investoren wissen dann, glaube ich, auch noch nicht, mittlerweile schon, aber zu dem Zeitpunkt, was bedeutet das denn jetzt? Also was ist denn die rote Linie? Wo dürfen wir denn nicht drüber treten? Und da bin ich sehr dankbar, dass dieser Insolvenzanwalt da an unserer Seite war und uns geholfen hat. Deswegen, das würde ich immer machen. Ich schätze mal, ich packe auf jeden Fall sowieso dein LinkedIn-Profil drunter, aber vielleicht, falls ein, zwei Leute dich nach Empfehlung sowohl für Insolvenzanwalt als auch vielleicht nochmal konkrete Gedanken zu ihrer Situation befragen möchten, schreibt Niklas einfach. Ich glaube, ihr habt gemerkt, spricht sehr offen auch über die Situation. Ich würde hier wahrscheinlich einen Punkt machen und sagen, hey, wir haben echt viel gecovert. Ich glaube, man kann sagen, wir haben die Liefergrün-Story wirklich von Sekunde eins bis Stunde null. Also Stunde null wäre eigentlich auch wieder der Anfang. Von Stunde null bis Stunde null. Ja, so in etwa. Stunde null, wo es beginnt und es nichts gab, bis Stunde null, wo es quasi wieder zu Ende war. und das letzte Kapitel geschlagen hat, einmal durchsprechen können und bin dir wirklich für all die Offenheit super dankbar. Ich glaube auch, dass da sehr viel Learnings dabei sind für Gründer und Gründerinnen, die jetzt gerade akut bauen und sich auf der einen Seite vielleicht mancher Dinge gar nicht so bewusst sind, weil wer spricht denn über Insolvenzrecht? So, es geht in der Startup-Szene immer nur um, ja, von Finanzierungsrunde hol dir irgendwie zwei bis vielleicht drei Jahre Runway, wenn du kannst und dann läufst du und dann guckst du halt irgendwie so mit neun Monaten Vorlauf, dass du eben racing gehst und, und, und. Und ich glaube, dass da sehr viel klar geworden ist, worüber man eigentlich nachdenken sollte, wann man über Sachen nachdenken sollte und selbst wenn man natürlich sagt, ja, es sieht doch eigentlich gut aus und wir kriegen bestimmt nochmal eine Runde zusammen, man natürlich einfach immer für den Fall rechnen muss, dass es nicht so ist, weil Sachen und Gegebenheiten sich verändern können und du dann natürlich auch als Gründer und Geschäftsführer in Haftungsthemen rutschen kannst, wenn du eben da nicht vorbereitet bist und ich glaube, da mal so einen Überblick zu haben und Licht auf ein Thema scheinen zu können, was nicht so häufig besprochen wird, super, super hilfreich. Niklas, schon mal vielen lieben Dank. Ich bin sehr gespannt, was bei dir als nächstes ansteht. Du hast ja schon gesagt, das Gründer-Gen wird aus deinem Kopf nichts und aus deinem Herz nicht so schnell verschwinden. Nee, das stimmt. Und wünsche da viel Erfolg auf dem Weg. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Für alle, die gerade zugehört haben und das Gefühl haben, hey, das war eine coole Episode, wäre super, wenn ihr natürlich die Episode mit jemandem teilt, der vielleicht daraus auch was lernen kann und ich glaube, das betrifft so ziemlich alle Unternehmer und Gründer und Gründerinnen und wer mag, kann natürlich dem Podcast irgendwie noch eine positive Bewertung dalassen auf Spotify, Apple oder auf YouTube meinetwegen auch einen Daumen nach oben. Ich würde sagen, damit machen wir einen Punkt. Niklas, vielen Dank für alles. Danke dir.